Schweres zum Säger, wir wissen ja, ich bin jetzt weg ausgesin, muss schauen, dass ich meine Emotionen in der Kontrolle habe. Frage ans Publikum, wer ist schnauzen 96 geboren oder jünger? Hand hoch! Seit 1996, drückt mir jetzt ein Prinzessor von der Eiswanderer und vor einem Tag über den Kopf, 22 Jahre sind wir durch Höhe und Diefen gegangen. Wir haben jeden Sturm getrotzt, sind hier in Dombien mit dem Trainer, haben wir zwar die Parode noch auf, aber unser Ziel ist nach wie vor ein Tag. Und in den letzten Monaten und Wochen oder Monaten war das sehr ruhig, aber unsere Proponenten, alle haben unglaublich gearbeitet. Und seit 25. Jänner, 23.45 Uhr, dank der Gemeinde auf Anspruch, dank an den Bürgerreichstätten, unsere Proponenten. Wir sind im Besitz des Bauungsstückes für die Wende, alle! Stimme, das sind hier in den letzten Jahren! Heute wird gefeiert! Bravo! Bravo!